Ich bitte dich, du bist ein Geist, der ein fleischbepacktes Skelett aus Knochen bewohnt, was alles aus Sternenstaub entstanden ist, auf einem großen Felsen lebt, der sich um einen gigantischen Feuerball dreht und mit atemberaubender Geschwindigkeit durchs Weltall rast. Wovor solltest du noch Angst haben? Wovor solltest du noch Angst haben?